einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video und zwar die vorstellung von kann bohr ist die firma stereo headset fit your style and your musik also eigentlich habe ich die nur angefragt weil ich da sehr neugierig war ihr wisst alle die mich schon länger verfolgen diese in ihr dinger ist nicht mein ding ich habe zwar ein samsung handy also das ist jetzt meine freundin aber es ist ein samsung handy und benutze aber nicht die samsung kopfhörer weil ich diese in ihr dinger total kacke finde weil die drückt und ich habe schon alle gummi dinger versucht das ist scheiße klingt jetzt doof ich bin samsung fan aber ich benutze an meinem samsung iphone kopfhörer ja es ist so aber hier war ich neugierig weil die haben so ein bügel für am ohr und da war ich neugierig wie die sind ob die halten wenn ich denn mal joggen gehe also ich könnte jetzt rein theoretisch joggen gehen ich habe ja auch so eine tasche wo ich das handy drin machen ich könnte wenn ich wollte ich will aber nicht ist ja anstrengend und da wollte ich das einfach mal testen aber auch für fahrrad fahren wenn ich wollte könnte ich das dann benutzen und weil ich habe auch schon headsets gesehen die auch diesen bügel haben und da war ich immer gespannt wie halten die und deswegen war das jetzt mal eine super möglichkeit weil da wurde ich angefragt ob ich die mal vorstellen wollen würde und war das jetzt eine super möglichkeit für mich so eine kopfhörer einfach mal zu testen ja ich werde schon mal abgezogen das ist plastik ich mach mal runter dann könnt ihr das besser sehen das ist eine richtig schöne plastik verpackung hier steht auch kann bohr seht ihr das kann bohr das auge ist ja wie man so schön sagt mit und ich finde ja auch mit diesem gold finde ich ja echt schniegel ja und auch kein überflüssiger führlefanz finde ich toll jetzt machen wir das mal auf wisst ihr an was mich das erinnert mit dem plastik das erinnert mich an das huwei p8 von meiner mutter das war auch so in etwa verpackt so jetzt haben wir hier eine leere verpackung jetzt haben wir hier das können wir einfach aufmachen oh da ist aber viel drin was haben wir denn da alles drin ich packe erstmal alles aus und dann gucken wir uns das alles mal sorgfältig an sind sie mit unserem cambo produkt zufrieden smiley und fünf sterne unsere rezension freuen ach über eine rezension freuen vielen dank für ihren einkauf das ist aber nett also damit weisen sie einen nett darauf hin dass man doch bitte eine rezension schreibt mache ich jetzt neuerdings auch immer regelmäßig wenn ich was hatte dass ich oder mir über die kauft habe if you like your product also im prinzip der gleiche bloß noch mal auf englisch auf englisch aber da ist blau die engländer haben blau wir haben wir haben grün warum keine ahnung aber ok dann haben wir einmal die ersatzgummis die sind rot schwarz die kombi rot schwarz finde ich ja richtig nice muss ich sagen also das ist ja das ist ja was für ein papa das ist ja was für mich dann haben wir hier ein usb zum laden ist der gleiche ja ist der gleiche wie bei meinem handy und hier normal usb sieht auch jetzt momentan nicht so lang aus gucken wir gleich nach dann haben wir hier noch mal ohrringe ach nee da heißt ja bei denen nicht ohrringe das ist ja die ohrhaltung linksbums ausdöhnung keine ahnung teil und hier haben wir dann eine anleitung die so gar in englisch ist haben wir die in deutsch auch ach und in deutsch auch da siehst du so lobig mir das geht doch voran wir kriegen jetzt so ja deutsche anleitung finde ich toll weil da haben wir ja lange genug drauf gewartet dass wir auch mal deutsche anleitung bekommen so und jetzt packen wir einfach mal das aus ich habe mir schon extra musik auf mein handy gemacht um zu testen weil ich hatte ja meine ganze musik runter geschmissen vom handy um speicherplatz zu sparen wenn ich mal ein autofahrflug mache oder so die kombination finde ich ja echt nice hier mit dem schwarze rot mit dem silber das ist so eine bürste das silber ich zeige euch die mal könnt ihr das erkennen dass das so eine bürste das silber ist also hier ist richtig richtig silberglänzend und hier ist so eine bürste das silber und hier steht dann auch noch mal kandor 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 heißt das kandor oder kandor kandor war nicht bei superman im planet der kandor hieß ich glaube ja ich mach mal jetzt wieder so dass ihr mich sehen könnt oh da muss ich weg zoomen das sieht so ein scheiß aus so ich glaube bei superman war doch ein planet der hieß kandor oder war ein typ der hieß kandor hm egal ich mach oh das ist ein flacher kabel soja wartet jetzt zeige ich euch gleich ich mach das mal hier ab so ist ganz schön dünn wo ist denn der rest ach ja das war ja bluetooth aber dann sind die akkus da oben mit drin ist ja geil ja wir haben praktisch nur diese kopfhörer also hier seht ihr mal beide seiten also finde ich ja vom optisch rein vom optischen finde ich die echt nice sind die uffol geladen und wir gucken uns mal die anleitung an ein ausschalten halten sie die power taste gedrückt welche ist die power taste für normale leute ist das ganz einfach zu lesen für mich brille bräuchte ich wer schon also habe ich aber naja ist hier eine power taste ein ausschalter doch ist der ein ausschalter das ist der ein ausschalter so wie sollen wir den machen boah ist das klein sekunde gedrückt also ich soll irgendwie gedrückt halten kann natürlich sein dass der akku jetzt leer ist dann müsste ich jetzt erstmal unterbrechen und den akku erstmal was laden eigentlich müsste der denn irgendwo auch ein licht sein denke ich mal dass man hier auch sieht ob die an sind oder nicht an sind würde ich sagen ach die sind an da leuchten sie das altbekannte blinkende licht wartet da muss ich hier erstmal bluetooth bluetooth abbrechen scan scan der blinkt rot blau und der scannt hier gerade ob er was findet hier hat er verbundene geräte h noch was ah jetzt hat er verbunden h 901 ist es wenn er wissen wolltet so jetzt müssen wir gucken wo es rechts los links das links das rechts so rechts rechts links so und jetzt bin ich mal gespannt wie die sitzen im ohr mit diesem ist das abgefallen oder ach nee der hat sich so angefühlt als wenn das ding abgefallen ist ich habe immer noch die fühle ich werde taub ach das hier in den ohr drin stoppen damit das hält ach also ich habe schon bei denen jetzt die fühle dass sie rausfallen weniger als bei den normalen aber ich habe immer noch diese knacken und so also ist also ist jetzt nicht meins ist mal gucken vielleicht müsste ich mal so ein paar andere dinge aber die sind noch größer naja so aber was ich gut finde man hat halt kein kabel man hat nur halt den kabel womit die ben verbunden sind wobei ja hier in den kopfhörern ja praktisch der akku ist und dann kann man das rein theoretisch kann man auch nach hinten schmeißen aus den augen aus dem sinn ist aber doof weil hier vorne ist ja die taste dran wo haben wir die da hier haben wir die tasten dran so jetzt wollen wir aber mal gucken musike 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 wa kicken wir mal nach musike so böse mädchen musikordner da gucken wir mal rein was haben wir denn da schönes ich habe mir extra ice ice baby metal version genau also ist schon vom sound gut oh gehts sogar noch lauter oja oja ist doch plus oja also vom sound finde ich die toll ich mach mal was anderes ich mach mal was anderes also vom sound her finde ich die gut gut ich hab immer noch diese diese gefühl dass die so die ohren auseinander machen irgendwie doch vom sound sind die doll also der bass kommt gut rüber die stimmen ja doch also der bass kommt schön rüber die stimmen kommen schön rüber wenn beides komplett zusammen ist also bei in dem lied ist das natürlich also außer bei da natürlich nicht da ist das nüchst nüchstig technisch doch scheiß technisch aber ja ähm hier hört man man hat vernünftig die räusche oder die räusche von der band und den sänger auch und der bass knallt richtig schön fett in die ohren ich mach mal jetzt noch mal die barbie girl metal version den kanal kann ich euch auch mal unten verlinken das frogliebstudio der ist echt cool der typ also die stimme kommt gut die e-gitarre der bass kommt richtig raus in meinem auto hört sich das richtig geil an durch die bassbox und die verschiedenen boxen und so da kommt richtig schön die e-gitarre durch der bass kommt durch man hört aber auch die stimme aber nicht alle zugleich laut also es ist halt wirklich dass man alle ausgewogen hört und gerade das unterstützt diese test auch und nach einer weile geht das eigentlich von dem druck her guck ich jetzt mal sind die anderen na doch die innen hier die sind noch ein stück kleiner also ich muss echt mal testen dass ich da vielleicht noch mal kleiner nehme oder so jetzt machen wir die mal aus was ach der sagt so ja power on power off wartet mal ja also der spricht auch mit dir wir haben ein schönes headset auch einen schönen dünnen kabeln kann man auch hinterm kragen machen oder so man kann ja laut und leise auch halt im dings ändern man hat auch ein mikrofon hier drin also wie gesagt hier ist jetzt plus da ist minus hier ist das mikrofon drin und das andere weiß ich nicht was das ist das ist ein telefonhörer für annehmen und auflegen ja also könnte man denn auch machen wenn man will aber so für sport ist es schon mal positiv da hast du dein handy auf der zeite mit der tragetasche oder in der tasche oder irgendwo und du machst nur deine musik drin und hast halt nur die kopfhörer und hast kein kabel vom kopfhörer runter in die tasche oder nach hinten auf den rücken wo der rucksack ist finde ich sehr angenehm wir haben ordentlich teile mit bei wir haben diese ersatzdinger mit bei und diese kombi auch so rot schwarz habe ich euch schon mal gesagt finde ich halt einfach schick das headset an sich wir haben auch noch mal diese ersatznippel für die ohren ich glaube die sind auch teilweise größer und länger also da sind ganz lange mit bei und ein kürzerer ist mit bei aber so die kombi wie ich jetzt hatte war eigentlich für meine ohren ganz okay dann haben wir den usb kabel den werden wir auch mal auspacken damit ihr sehen könnt wie lang der ist so und das reicht viele also oftmals muss man sich ja beschweren wenn usb kabel zu lang oder zu kurz ist aber hier reicht das aus soll ja einfach nur laden dass man den in eine ecke da braucht man kein 5 meter lang usb kabel ist meine meinung könnte man wäre aber schwachsinn so und für das autoladen klatscht man sich das ding dann im handschuhfach wenn man gerade unterwegs zum rennen ist man auch scheiße ist ja leer klatscht man es einfach ran im auto hat ja mittlerweile jeder so einen usb adapter für das auto und klatscht dann einfach ein handschuhfach oder vorne in die mittelkonsole rin und das laden in der zeit yippie kaye schweinebacke so nochmal die anleitung also die anleitung ist kann ich euch jetzt echt ich kann euch zeigen dass die auf deutsch ist ja aber ich kann die jetzt so direkt nicht lesen weil mir das einfach zu klein ist ich bin halt auch halb blind so müsst ihr da eigentlich erkennen können dass man das alles lesen kann hier ist das nochmal abgebildert hier sind nochmal die werte hier ist das headset auch nochmal erklärt welcher knopf was ist also die werte kann ich gerade noch so erkennen weil das einzeln steht bluetooth version 4.0 also csr version 4.0 bluetooth arbeitsabstand 10 meter schrägstrich 22 tf keine ahnung also frequenz 20 hertz minus 22 hertz äh lautsprecher das kann ich schon wieder nicht lesen das ist schon wieder ein langes wort da verschwimmt dann alle zum ende hin also lautsprecher noch irgendwann ein strich 16 jetzt wird es schon schlimmer äh speicherzeit 4 stunden ja und jetzt verschwimmt das wieder jetzt habe ich schon das brauche ich jetzt nicht übertreiben ich sehe das so wie obwohl ich Brille aufhabe naja vielleicht nochmal zum arzt so dann können wir das auch wieder wegpacken und ich finde halt mit diesem schwarze rot finde ich schick und mit der kombi hier mit diesem silber hier bürstet und dem glatten silber finde ich auch sehr schick vom optischen haben die was und ich muss sagen wenn ich wirklich in ihrs haben würde dann auf jeden fall sowas also das ist ja schon mal jetzt weiß ich auch wenigstens wie das funktioniert mit dem headset weil da gibt es auch headsets die Masse der näherin wo ich mir frage mit in ihr wie soll das halten das gibt doch das ist ja schwer das headset aber jetzt weiß ich es durch das hält das schön im ohr das finde ich echt toll ich werde auch mal die kleineren gummidinger testen also das wären in ihrs die ich wirklich für das headset für das handy nehmen würde ich weiß jetzt nicht wie die mikrofon qualität ist das kann ich euch den nächsten tage zeigen ich werde das auf jeden fall mal mit meiner frau testen und mit meinem schatzi nicht und dann kann ich euch sagen was schatzi sagt wie die mikrofon qualität ist also da werde ich euch auf jeden fall in einer woche zwei wochen werde ich euch nochmal ein fazit video geben nachdem ich es dann wirklich über ein bisschen Zeitraum getestet habe ich verabschiede mich jetzt erstmal wenn es euch gefallen hat ganz vergessen dann lasst doch einen Daumen oben da bis dahin bin ich erstmal weg Ahoi sagt euer Odin der der die Vielen Dank.